Und Molotov rein, da kommt wieder der Molotov. Also sie wollen diesmal durchrennen, sie wollen wirklich den Push auspacken. Oh, das wird sogar abgefangen von Furlan, der ist blind und hat nochmal den Predikt. Und da liegt halt noch eine Smoke, sie können nicht einfach nachpushen. Das ist nicht möglich, dadurch kann Furlan nochmal die Position wechseln, macht den dritten noch hinterher. Und jetzt kann er sich das Ace snacken, schafft er es, noch einen Schuss in der Diegel und er macht es. Super Ding von Furlan, oh mein Gott. Ihr habt es gesehen, da lagen überall Akars rum, das war keine E-Code.